Planeten machen, okay? Geh zu links bitte hin. Wieso hast du mit der Venus Nein gesagt? Du siehst ihn nicht? Wie sieht man doch links über den Berg mit dem Mars? Warte, du mal bitte, mit dem Merkur und Mars. Sie sieht man doch. Hast du jetzt gerade nach unten geschaut? Da hat er ganz unten geschaut, Etage. Äh, die eine Frau. Weiß war die Ex-Freundin. Im Balkontür gesagt, hast du den Namen dabei gesagt? Mhm. Gut. Da, über den Bergstab, rechts neben dem Käferbaum ist die Venus. Geht dein Mut schon unter, guck mal nach bitte. Ist da links rot, rechts und Balou? Da ist so eine rote Morg-Dammaron. Siehst du die? Ja, die wollte ich aufnehmen. Hast du jetzt gesehen richtig? Ja. Ja. Äh, du kannst doch weiter links, du kannst doch weiter links stehen, links gucken Mama. Du Morg-Dammaron. Du stehst nicht im Weg. Mal hör auf, bitte. Du bist so was, das ist gar wieder so komisch zu mir. Ja. Du bist so moving. Das ist gar nicht so komisch. Ich würde das nicht so komisch zu mir nehmen, wenn du ihn befasst. Du bist so komisch zu mir. Du bist so komisch zu mir. Das kommt vorhin, wenn du so komisch zu mir. Du bist so komisch schmer, da, wie bei einem Monat aus hai. Du bist so komisch zu mir. Du bist so komisch zu mir. Du bist so komisch. Vielen Dank. Und dann geht's. Vielen Dank. 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 Nein, Nein, Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ganz gut. Das war's für heute.